Hallo, ich bin Hanna von Hannas Idee und auf diesem Kanal geht es um Stricken, Handwerken, um mein Gümperli selbstständig und alles was sie mich begleitet im Alltag und mir Spass macht. Jetzt ist es aber so, dass ich das ohne Intro und ohne nichts aufnehmen will. Ich kann es gar nicht richtig aufnehmen, weil draussen ist so ein Lärm. Im Gümperli kann ich noch sein, wäre ich schon, alles schon hundertmal machen wollte und das letzte Mal ist es halt ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Und jetzt gehe ich aber über die Osteren, gehe ich ganz sicher fort und dann gibt es ganz sicher ein neues Video von mir. In der Zwischenzeit könnt ihr mein Chaos anschauen, das ich im Moment veranstalte. Dann sehen wir uns gleich, eure Hanna von Hannas Idee und bleibt dran, gesund und habt eine schöne Zeit. Tschüss zusammen! Und dann sehen wir uns gleich, eure Hanna. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020